Also müssen wir uns was einfallen lassen. Untergrundtreppe? Untergrundtreppe? Da ist auch Untergrundtreppe. Ach so, ja, das war von oben aus der Geheimraum, da müssen wir ja wieder hin, genau. Aber dann müssen wir irgendwie durch die Untergrundtreppe. Aber wie kommen wir denn? Tja. Vielleicht muss ich doch aus dem Parkhaus irgendwo anders... Vielleicht durch die Tür und nicht durch die Leiter runter. Also ne, da war nur der Schwange. Ne, ach ne, da war ja die Scheiße. Moment. Oder war da oben noch irgendwas? Eigentlich nicht. Kannst du das Ding nicht wieder zurückfahren? Dann müssten wir doch auch herkommen, oder? Ne. Ach, ne. Ach, shit. Vielleicht wissen wir doch im Parkhaus irgendwo anders hin, vermute ich jetzt mal stark. Das wir nicht auf dem selben Weg zurückkommen, ist ja jetzt klar. Mhm. Du hast übrigens, ich würde die Waffe gar nicht mehr ziehen, du hast null von null Schuss. Äh, ich würde das Messer vielleicht in der Hand nehmen, oder die andere Wumme. Oh, Moment. Wir haben doch jetzt den... Können wir mit dem Schlüssel hier irgendwas? Doch, da war doch... Äh, da war... Wo war denn das? Da nicht. Also ja. Wir haben hier noch... Was? Da ist noch ein Ausrufezeichen. Ah, ne. Oder doch? Irgendwo war da noch ein zweites Rolltor. Irgendwo war da noch ein zweites Rolltor. Irgendwo war da noch ein... Ja, könnte sein. Eventuell. Und da ist ja noch der Kurbel. Ja, wir gucken. Ja, wir gucken. Ne, das war die Karte. Mhm. Aber wo war denn das zweite Rolltor? Es war noch zwei Rolltor. Irgendwas war da noch, aber... Ich weiß nicht. Das war hier. 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 Ja, aber da war keine Tür mehr. Doch, da war nur noch Türen. Ja. Ach ja, das ist... Ah! Epic Schlüsse. Ah ne. Hier waren wir auch schon. So, wieso macht ihr den jetzt so einfach auf? Waren wir schon drin? Ja. Echt? Ja. Ja. Dummt. Ach doch. Boah! 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 Alter Schwede! Boah! Boah! Aber das kleine Ding da... Ah! Ah, haben wir schon. Das gibt's doch gar nicht. Wir werden nie wieder da weg kommen! Guck mal nur auf die Karte jetzt. da ist eine rolltour wo das rote garage ach nee das ist das jetzt dachte ich nämlich auch ja aber wir müssen doch eigentlich da irgendwo da lang gibt es doch gar nicht kann ja auch nichts mehr gewesen sein die tür ist zu die andere braucht eine karte oder moment was ist damit der einen roten da gewesen ich komme jetzt das messer da reinstecken bis auf die karte aber der typ in der zelle hat ja noch die karte naja oder kommen wir noch nicht dran verdammt also der zellentrakt abhaken warte mal ich habe eine idee dieser trans dieser transformator ding ist da die man moment strom angeschaltet haben kann der vielleicht irgendwie damit zu tun haben welche tür offen ist ob rot oder grün in der tiefgarage vielleicht ach so Oh, okay. Geh mal da noch mal rein. Das ist ja die Tür da vorne, die immer noch rot ist. Können wir mal versuchen, da dran so rumzupropeln, bis sich da was tut? Wir haben ja noch nicht rausgefunden, was das ist. Es könnte ja auch die Tür da sein. Oder was auch immer. Keine Ahnung. Aber sonst wusste ich halt nix. Wir haben die halt einfach hochgemacht und gut war. Ja. Eben. Ne, die nicht. Ne. Ne, das war sie nicht. Alles klar. Eben. Ne. Oh, Alex. Ja, tut die auch hoch. Scheide dich mal. Ich will unbedingt mit ins Video, das ist alles. Gesehen, die zeichnen gerade auf. Starte ich das Spiel mal 20 Mal hintereinander. Kann man da dann raus und noch mal auf die Karte gucken, wenn man das macht? Ach jetzt, ach ist der wieder aus. Interessant. Dann mal. Vielleicht muss man ja auch eine ganz bestimmte Einstellung finden. Das kann auch sein. Mach mal den nächsten. Der hat ja, der geht einmal ein weiter und einmal zwei. Da, guck mal. Oder so. Welche Tür war das jetzt? Was war die, wo der Bundes... Hunde. Das war das, wo man die Karte einstecken sollte. Hunde. Oh, das war's schon. Das war jetzt sehr logischer. Dabei wollte ich gerade erst... Ah. Ah. Stimmt. Rechts. Ja. Gerade außen rechts. Ja, wir müssen auf einmal ganz rumlaufen. Ja, genau. War zwar nicht die Tür, die ich wollte, aber gut. Töten. Ah. Boah. Ei, 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 ei. Au. Sag mal. Hey. Boah. Das hält ich aber kattelig. Ah. Und wir sagen doch, töten wir so einfach alle, dann passiert nachher nichts mehr, ne? Ja, von wegen. Mhm. Aber das klappt. Wäre aber dann ja heute zu einfach. Das ist doch cool. Oh, so viele Treppen, ey. Komm hier nicht hoch. Ja, das sind... Müssten wir aber dann schon wieder in dem Gebäude sein, ne? Mhm. Oh. Da waren wir doch schon mal. Aber... Ah, sehr schön. Ah, eine Kiste. Gucken wir mal eben, wie spinnt der erst mal. Ach, endlich wieder. Ein paar Schuss hier. Gehen wir mal zur Kiste. So, wir holen mal noch einen Schießpulver aus. So kann man das kombinieren. Mh... Alles andere... Ja, das Blau-Kart kann weg. Alles andere behalten war eigentlich. So... 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 Ja, wenn wir die Mac jetzt hätten. Oder haben wir eine? Nee, noch nicht. Da steht noch ein kleiner Rackun. Pump. Oh, eine Sicherung. Okay. Noch eine Versprechung brauche ich jetzt wohl nicht. So, mal eben gucken, wo wir hier sind. Ach, siehste. Die Däder sind vor einer ganz anderen Ecke rausgekommen irgendwie. Dann gehen wir da jetzt durch den Raum der Wache wahrscheinlich. Hoffe ich. Nee, du bist ja komplett verkehrt. Wieso bin ich komplett verkehrt? Nee, das lassen wir mal besser. Ich bin nicht gebrochen. Ja, okay. Ich hab mich verguckt. Und wieder wieder. Scheiße. Scheiße. Oh, da ist noch einer. Oh, da ist auf Speisen. Hm. Und dahinter sind noch ein paar. Oh, da kommt die Sicherung rein. Und da hängt noch was an der Wand. Da ist das die Schalter. Ah, noch ein Messer. Ach, er da. Ach, jetzt weißt du, wo wir sind, ne? Was zum? Oh, da ist noch ein paar auf. Oh, da steht noch ein paar auf. Ei, 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 ei. Oh, jetzt reicht's heute. Das sind wir hier. Eben mal schnell durchgezogen. Ja, ich hab dir erst mal keine große Gefahr, oder? Ja, da weiß ich nicht, der beißt dir ins Bein und so. So, ist immer da rausgekommen. Es wird mir erst mal gucken, wo wir jetzt noch hinwollen, ne? Hm. Sobald ich hier durch bin. Weil zum Uhrenturm sind wir jetzt ja. Ne, das wird schon irgendwie passen. Wir müssen ja irgendwie nur in den hinteren Teil hier wieder rein. Der Uhrenturm war irgendwo hier drüber. Wieso waren wir denn im Aktenraum noch nicht drin? Weil wir den Schlüssel noch nicht hatten. Und jetzt haben wir den aber? Nein. Nee. Oh. Dafür haben wir einen anderen. Hier ist ein Herz und ein Kreuzschlüssel. Wir haben jetzt einen Karoschlüssel. Das ist ja witzig. Wir gehen mal einmal in die Toilette noch. Ja. Mal schnell Pipi machen. Ja, genau. So was weitergeht. Was war denn hier? Ach, das. Ja, irgendwo müssen wir ja auch die Kurbel nochmal einsetzen. Das war ja auch hier. Wo noch? Oh, Alex. Ja. Wie oft kann man ein Spiel starten? Das war ganz schön Randale da. Ach, so, dann biegen wir jetzt hier links ab. Ich war hier noch nicht drin, ne? Aber da kann man ja auch schon nicht rein. Genau, das ist ja nicht die Etage. Nee. Ich muss den Beobachtungsraum. Ich dachte eigentlich, da käme man da hinten durch. Ja, das war's. Das ist ja auch nicht. Ja, das war's. Also hier war noch... Der ist der Raum. Also auf. Das hat er denn da. Ich will aber da rein. Oh nein. Oh, oh, oh. Aha, oh, eine bewegliche Hüfte. Da dachte ich das. Du. Du weißt noch nicht, wie er sich hinlegen soll. Geil. Oh mein Gott. Dass das besser ist. Hm, nicht mit dem Link, aber... Ich höre doch die ganze Zeit da immer nur jemanden. Oh, das scheint hier irgendwo sein. Soll ich nicht bestimmt in der Bibliothek oder so? Und die doch immer noch rumkriechen. Wo wollten wir den jetzt hin? Zu der Treppe hier, ne? Aber, Moment. Nützt uns das was? Eingangshalle... War da nicht noch... Oben, oben die Tür? Scheiß jetzt nicht. Da kam aber glaube ich nicht hin, weil da das... Der Gang kaputt war. War das nicht das? Kann sein. Ja, von der Bibliothek war... War ja ein Gang kaputt. Aber das war dann hier, ne? Ja gut, aber wir haben ja den Wagenheber halt noch nicht. Da fehlt ja der Wagenheber noch... Was? Ja. Hier noch was? Ne, ne? Da war nichts mehr. Okay. Oben? Gegenüber ist auch da eine Tür da hinten. Da! 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 Ja, die Tür! Da!